Ja, grüßt euch, hier ist der Andi. Heute wollen wir euch mal zeigen, was unsere Elsa heute steigungstechnisch beim Aport bewältigen kann. Kerstin, wirft! Also, wer immer auch mit der Kerstin mal geben hat, so eine Übung macht, ist gehalten, einen Helm anzuziehen. Okay, ja, okay. Wir machen das einfach gleich nochmal.